Sporting, danach kommen Braga und Guimaraes. Wir gucken auf die zweite Seite, ganz unten stehen weiterhin der FC Penafiel und Gil Vicente. Aruca verliert einen Platz und fällt auf Rang 15 mit 20 Punkten, zwei Punkte Rückstand, auf einen Abstiegsplatz, weil eben Academica gewonnen hat und so auf den 14. Tabellenrang springen konnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sky Einer dänischen Liga-Pokal und drei FA-Cops. Sechs DFB-Pokalsiege. Fünf Premier League-Titel. Acht deutsche Meisterschaften. Champions League-Sieger 2001. Champions League-Sieger 99 gegen dich. Hey, es ist noch lange nicht vorbei. Typico Sportwetten. Lebensmittel einkaufen ist jetzt so bequem. Mit mytime.de. Hier gibt's alles und alles kommt direkt zu Ihnen nach Hause. Machen Sie es sich doch bequem. Mit mytime.de. Wir bringen Lebensmittel. Acht deutsche Meisterschaften. Fünf Premier League-Titel. Es ist noch lange nicht vorbei. Tore, Tore, Tore. In Best of Bundesliga, die schönsten Tore, können Sie jetzt über 1500 sehenswerte Treffer genießen. Erleben Sie mit diesem exklusiven DVD-Box-Set auf sechs DVDs ein Tore-Feuerwerk. Das ist alles, was das Fußballherz begehrt. Best of Bundesliga. Die schönsten Tore. Jetzt überall im Handel. Was ist das für ein packendes Spiel? Oh, Tor für uns. Der Tore ist drin. Der ist drin. Football around the world. Nur bei Sport digital. Fußball live. So viel du willst. Europas Top-Fußball live erleben. Die Primera-Liga aus Portugal. Die Eredivise aus den Niederlanden. Die Skybet Championship und der Capital One Cup aus England. Die Premier-Liga aus Russland. Die Jubeler Pro League aus Belgien. Und die Scottish Premiership aus Schottland. Der beste Fußball aus Südamerika. Die Copa Libertadores. Die Königsklasse Südamerikas. Die Copa Sudamericana. Und die Copa do Brasil. Die stärkste Liga Asiens. Die J-League aus Japan. Die beste Liga Ozeaniens. Die A-League aus Australien. Dazu jede Menge spannende, hochklassige Fußball-Dokumentationen. Mit Infos und Backgrounds zu den größten Spielern und Teams aller Zeiten. Football around the world. Nur bei Sport digital. The Football Channel. Und der Gureshma. Gureshma, da hat er. Den Außenriss und was für ein Traumtor. Mit dem Außenriss haut er den Ball da unter die Latte. Mit so viel Gefühl. Traumtor zum 3-0. Für und von Ricardo Gureshma. Gureshma. Sport digital. The Football Channel. Die besten Spieler aller Zeiten im Porträt. 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 Die besten Spieler aller Zeiten im Porträt.